Okay, 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 eine kleine Blühwürmchen, DVA-Concierto, Dua, achso, kann ich jetzt Musik machen mit diesen komischen Aliens oder was? Okay, was machen wir als nächstes? Gitarre? Oh, ist das schön, das ist echt richtig schön, finde ich. Oh, schön, ich mag den Soundtrack. Das ist wirklich sehr cool. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Eigentlich ja nicht. Das ist das Geräusch von der Trompete, ja? Okay. Was ist das in der richtigen Reihenfolge machen? Das war ja nicht richtig, so wie es aussieht. Ich verstehe, ich verstehe es nicht. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber ich bin hier selber gerade echt ein bisschen geflasht von dem Spiel und ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Immer noch. Und ich zocke jetzt schon fast eine dreiviertel Stunde. Und ich habe keinen Plan, was hier passiert. Das gibt's doch nicht. Nee, das will ich nicht, ich will das Ding hier nochmal anmachen. Verlassen können wir die Szene auch nicht, ne? Nee. Irgendwas muss hier passieren. Die Frage ist nur was. Verändert sich denn hier irgendwas? Nee, ne? Das Geräusch passt da da irgendwie nicht rein. Was ist denn das? Okay, ähm. Wir müssen hier irgendwie so systematischer vorgehen. Machen wir erstmal ihn komplett an, oder? Ich weiß nicht. Müssen wir denn... Alter, was ist denn hier? Was muss ich denn machen? Hält mir doch mal einer, bitte, bitte, bitte. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab einfach keine Ahnung. Mit dem, was hier passiert. Ich lass das jetzt einfach mal laufen. Ähm. Da müssen wir jetzt einfach mal kurz vielleicht eine, zwei Sekunden Geduld haben. D-V-A-Konzerto. Oder was heißt das? Was ist das da oben? Ist doch ein V. Oder nicht? Doch, ist ein V. D-V-A-Konzerto. Eigentlich unglaublich. Es passiert auch nix, ne? Also es ist... Das ist es. Ach, guck! Alter! Jetzt gehen sie ab, unsere Freunde. Unsere fünf kleinen Freunde. So, Feierabend jetzt. Hä? Jetzt haben sie sich verpuppt. Hä? Was? Ich frage mich in der Tat, ob die Entwickler da vielleicht irgendwie... Vielleicht ein bisschen... Ähm. Okay. Jetzt muss ich hier auch noch mal eben wissen, wie es weitergeht hier. Oh! Eine Tasse. Eine Tasse. Ernsthaft? Oh! Jetzt haben wir die Spinne sauer gemacht. Alter, was? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir sind vom Baum gefallen. Was ist das für kleine Boden? Der ist seinen Kopf verloren. Ja, tatsächlich. Boah! Das ist kein Problem. Du hast ja deinen Kopf wieder. Kein Problem. Gerne wieder. Ähm. Das sieht echt gruselig aus, ey. Oh, hör auf damit. Das mag ich nicht. Haha, da haben sie sich ganz klein gemacht. Okay, was ist das? Ist das einfach nur ein Faden oder was? Gehen wir mal nach links. Eine Pustelblume. Oha! Kann ich aber nichts mit machen. Liegt hier einfach nur. Nur mit der Pustelblume kann ich glaube ich was anstellen, oder? Das ist echt, das ist saugeil. Das ist wirklich saugeil. Dankeschön, lieber Entwickler, für dieses schöne Spiel. Ich finde das ja... Also, ich habe ehrlich gesagt... Hä? Habe ich das jetzt eingesammelt? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was das hier ist. Aber ich finde es irgendwie... Ich finde es schon irgendwie geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Die kleinen Bienchen sind tot. Oh, die arme Schnecke. Ich denke mal, wir müssen unsere... Ach, deswegen sind die hier abgehauen. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe nur die toten Bienen gesehen. Schleichen wir uns mal schnell dran vorbei. Oh, wie bist denn du? Achso, wir müssen... Achso, warte mal. Wir haben doch sowas. Wir könnten dem besser mal geben. Bitteschön. Ein kleiner grüner Samen für dich. Ach, warte. Oh, mit dem Weinchen könntest du aber Probleme kriegen beim Laufen. Oh, oh. Oh, karte hier auch ja cool sehr schön fische alter fliegende fische oder was ich brauche den regenwurm ok ja wir gucken ob wir ihn besorgen können oder verwirrend jetzt nicht überhaupt was hey moin ach komm Oh, was für ein herrlicher Scheiß, das ist. Oh, ich will es nochmal hören. Das finde ich super. Oh, schade, das geht nicht mehr. Oh, wie schön das ist. Das ist echt unglaublich. Aber ich kann sonst hier auch nichts mehr machen, ne? Ich kann hier nicht weiter. Nee, irgendwas muss hier noch passieren mit dem. Oder? Oh, wer ist das denn? Ein Krabs, Mr. Krabs. Was macht der denn hier? Oh. Ähm, okay. Okay. Vertreibt uns direkt wieder. Äh. Ach so. Ach, guck an. Ernsthaft? Kann ich dich alle bewegen? Ach, du Scheiße. Okay. Guck dir das an. Ich weiß ja gar nicht. Ist das richtig so? Hä? Ähm. Gut. Scheiße, wie hatte ich das denn gerade noch mal stehen? Scheiße, wie hatte ich das denn gerade nochmal stehen? Nee, geh bitte nochmal ein zurück. Okay. Was dieser Geselle hier soll, das weiß ich auch nicht, wie er ihm ist, was er hier irgendwie muss, er ja da hochkommt. Okay, ähm, warte mal. Vielleicht den hier. Ah ja, ist klar. Ähm. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF Hier sieht es ja wieder aus Ach da ist der Wurm Komm schon Finde ich witzig, dass man dann auf die Sachen klickt, dass man sie teilweise dann mit der Maus noch bewegen kann, das finde ich echt cool Muss ich hier ganz ehrlich sagen Oh nein Wir probieren es mal mit dem kleinen Fliegerling Aber ist nicht stark genug Okay, dann würde ich vorschlagen, den Stock vielleicht Oh, der Stock ist zu kurz Was der so richtig kann, weiß ich auch noch nicht Ach was Ach guck, schön Cool Dann hätten wir ja einen hätten wir ja jetzt dann befreit Quasi Und äh Ach guck Hurra Es ist unfassbar Ach guck hier, der Angler Äh, der, 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 die Angelknolle Die könnten wir mal eine Riegelung geben Ja, bitte, kein Problem Oh 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 Ähm Oh, wo ist die Erde jetzt hin? Und vor allem Ach Was? Was? Äh Hä? Ich geh nochmal zurück jetzt Aber jetzt ist ja bei dem Krebs Ist ja irgendwas passiert jetzt Also da fehlt ja jetzt ein kleiner Krebs Aber wir müssen eben gucken, was hier Was die Phase ist Hm Ne Das war irgendwie Irgendwie Irgendwas stimmt doch hier nicht Der ist noch wach Ich muss erst warten, bis er wieder eingeschlafen ist Ähm Passiert hier jetzt noch jemand? Oh man ey Ich könnte nicht Das ist unfassbar Es ist auf jeden Fall Also ich bin ja schon lange drüber hinaus Über meine eine kleine kurze Folge Die ich machen wollte zum Angezockt Ähm Ach guck, ich hab jetzt die Krebs dabei Aber was? Okay Ich kann mal mit dem Krebs hier irgendwas machen Nee Ja ja, ist gut Ja ja, ist gut Mach's gut, Mr. Krabs Wir möchten hier auch nicht mehr bleiben Jetzt erstmal zumindest Ich möchte gerne wissen, was ich mit diesem Krebs anstellen kann Die Fische kann ich hier auch Nee Das, das, äh Kann ich hier nichts machen Hm Sollte ich mal hier hoch gehen jetzt Superschön Superschön Ach was Ähm Was? Was? Gott, das ist aber verwirrend Ähm Gut, hier kann man nur einmal im Kreis laufen Hören wir mal hier hin Oha Wer bist denn du? Den können wir mal langziehen Oha Fiese, fiese Was ist das? Maikäfer? Okay Den Maikäfer müssen wir auch irgendwie Verjagen da Was ist das denn? Das sieht gruselig aus Erstmal anklicken Boah Hallo Hallo Aha Ähm 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 Okay Ich weiß nicht, was das für ein Ding sein soll Aber ich gehe einfach mal weiter Was ist das hier? Die sind tröterig Ähm Ähm Also die Also dieses Also das Design von den Tieren Ist echt Was? 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 Ich muss die jetzt machen Hä? Ach soo Ah, jetzt hat er es Jetzt hat er es Okay, okay, okay Ich finde es cool, wenn du es Okay, ich glaube wir brauchen noch ein bisschen mehr von der grünen Flüssigkeit Saftblatt Blattsaft Und was auch immer Unglaublich, wie gebannt ich hier vor dem Spiel sitzt Das ist wirklich unfassbar Sollte man nicht meinen Aber es fesselt einen Weil man einfach nicht weiß Oh Gott, bitte ernsthaft Wer lässt sich sowas einfallen? Bitteschön Das ist so geil Hey, wo ist die Schnecke hin? Oh Das ist Ähm Hallo Das ist ja wohl mal saucool, oder? Bitte sagt mir, dass das saucool ist Ich möchte gerne dieses Spiel bitte weiter let's playen Es ist echt Ihr müsst mir sagen, ob ich das gefällt oder nicht Ich kann verstehen, dass das nix für jedermann ist wahrscheinlich Oh Gott Wie kommen wir denn da oben an diesen An diesen Kann ich hier irgendwas mit den Dings machen? Boah Ähm Achso, ich kann den noch aufladen Boah Ach, guck an Ist ja unglaublich Man muss einfach nur ein bisschen rumprobieren hier in dem Spiel Und dann geht das auch Und schon haben wir noch einen Trötenkäfer dabei Hm Interessant Interessant Ih, eine Spinne Ach, die brauchen wir jetzt was zu fressen Hier, willst du diesen Käfer? Hm Das verstehe ich ja auch noch nicht so richtig Was ist das hier jetzt? Ah, alles klar Muss ich das Seil durchschneiden Ja, kein Problem Lauf nach Hause Kleiner Krebs Ah Das zweite Kind Okay, ich muss hier einfach nur wegschmeißen hier, oder was? Die Schafe Okay, damit haben wir ja schon den zweiten gerettet Und ich werde das Ganze jetzt hier am Spinnennetz speichern Denn, habe ich das jetzt, ist das jetzt gespeichert? Ja Sehr gut Denn ich werde das jetzt beenden Ähm, ich bedanke mich erstmal für euch, äh, bei euch fürs Zuschauen Und, ja, wenn euch das ganze Ding gefallen hat, dann, ähm, sag mir doch bitte Bescheid Dann würde ich, ich würde das wirklich gerne weitermachen Ähm, wenn das allerdings keiner sehen will, dann brauche ich es auch nicht weitermachen Deswegen, äh, hinterlasst mir einfach einen kleinen Kommentar Mit, äh, ja oder nein, oder was auch immer Wie auch immer Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen Ich bin erstmal raus Euer Haini Ciao